So, Shop-Update. Ihr seht doch schon, dass was jetzt hier nichts neues kommt. Oh, das Doppeltagentenpaket ist drin. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Mal. ... ... ... ... ... Okay. Spitznagel. Es ist schon wieder ein anderes Shop-Design. Eigentlich sieht das so aus, aber nicht so wie der Schicke Checker. Warum ist die jetzt da noch drin? Weiß nicht. Wenn man sich den holt, hört man die anderen auch noch dazu, obwohl die da nicht drauf abgebildet sind. Instinct. Auf Legen variieren. Denken. Bekehren. Legovarianten. Sichern. Ich weiß gar nicht, ob ich schon Legovarianten hatten. Bin ich jetzt voll überfordert. Was ist das? Ich weiß nicht, Spalter. Kernschmelze. Kernschmelze. Champion's Road hat sich geändert. Knochen oder die Mist. Tiana. Er wird schon öfters benutzt. Das ist mir klar. Polo Knochen schwingen und 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 andere. Revenge. Bödel. Was? Der wird auch immer benutzt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das sehe ich kaum irgendwo. Hasenwolf. Auch. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Schicker Kommando. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jemand den freiwillig spielt. so schön aus. Ja. Das Beste daran ist eigentlich. FNCS. Warum ist die Szene? Was ist die Szene? Was ist die Szene? Was ist die Szene? Was ist die Szene? Es ist nicht mehr so, dass... Eigentlich ist es doch immer ein Paket oder nicht? Da sind hier jetzt wieder eins aus aller Sprüche. Ach. Immer mehr Paket. Raven Beauftragte. Ach, die war auch lange nicht mehr drin. Der Typ ist auch noch drin. Und... Und dazu.